Weil du mich provozierst! Nein, du bist das Problem! Nicht immer ich! Ach so, jetzt bin ich das Problem! Ja! Du! Okay, Schofi! Was ist los hier? Warum Stress wieder? Warum? Warum? Keine Ahnung, Bruder! Sein Perle macht wieder Stress! Okay! Wie oft soll ich das sagen? Wir sind Männer! Habibi! Keiner redet, wenn wir da sind! Du hast recht, Bruder! Hä? Was ist los, Bruder? Klär mal, Bruder, klär mal! Warte mal, warte! Ich werde hier nicht klären! Ey, ey! Was ist los hier? Warum? Warum laut hier? Warum? Was soll ich denn sagen, Bruder? Die glaubt mir wieder nicht! Was glaubt ihr denn nicht, Bruder? Was glaubt ihr dir nicht? Sag mal, was? Ja, wo war der denn gestern Abend? Der ist nicht mal an sein Handy rangegangen! War der bestimmt mit Perlen, ne? Komm mal zu, ihr Hobby! Wir sind Männer! Der war, wo der war, Habibi! Ja, ja! Wir sind Männer! Du hast nichts zu sagen! Okay! Du hast nichts zu melden! Der war mit mir! Und jetzt, ihr Hobby! Was? Sag mal, was denkst du eigentlich? Was möchtest du dich hier ein? Was sagst du? Ich hab nichts zu melden! Bruder! Auf deinen Mund! Yallah! Sag ihr, die hat nichts zu melden! Yallah! Und wenn wir reden, seid ihr ruhig! Okay! So ist das! Yallah, Bruder! Und wenn es dir nicht passt, hier ist der Weg! Yallah! Ja, genau! Und wenn es dir nicht passt, da ist der Weg! Weißt du was? Ich hab keinen Bock auf diese Sache! Ich geh jetzt und es ist auf! Yallah, mach die Wege! Ja! Geh bloß! Endlich! Stabil, Bruder! Ja, Mann! Was ist für meine Bruder? So ist das! Ein Löwe ist nichts gegen uns, Habibi! Ist das nicht deine Frau? Ja, das ist meine Frau! Yunus! Was machst du da? Ich glaub, die ruft dich! Egal, egal! Yunus! Hey, Schatz! Yunus, was machst du hier? Ich bin mit den Jungs! Ich hab doch gesagt, 19 und musst du zu Hause sein! Hä? W-w-w-wieso? Sofort, Yunus! Ich dachte, wir sind Männer! Wie redet die? Okay! Wie redest du mit meiner Frau, Junge? Mach mal die Stimme runter! Hä, Bruder! Gerade mit meiner Frau! Hast du doch gesagt! Ja, wir sind Männer! Aber sie ist mein Leben! Meine Frau ist hier auch! Ja? Ja! Yunus, ab ins Auto! Ja, Bruder! Seine Frau halt, ne? Bro! Schneid dich an! Ey, Bruder, sagt nix! Warte mal! Ich wusste erst mal! Safe, Bruder! Ich komm gleich nach Hause! Es tut mir leid! Ich beeil mich! Berücksicht? Ja! Ja! Ich hab's verstanden! Ich weiß, du hast es gesagt! Ja, okay, Schatz! Ich komm jetzt nach Hause! Bis gleich! Ciao! Lack, ey! Mit wem redest du da? Wer macht die Ansage? Ich hab mit meinen Freunden telefoniert, die sagt, die soll nach Hause kommen! Lack, wir sind Männer! Lack, wo sind die Männer von heute? Wo? Ja, Mann, wir sind Männer! Der hat recht! Wir dürfen uns nicht gefallen lassen! Lack, Cousin! Die hat nix zu melden! Wenn deine Frau redet, nimm sie! Boom, Bruder! Tak, tak! Ja, Hoppe! Das ist ein Mann! Ja, stimmt, Mann! Der hat nix zu melden! Ciao mit dir! Hab ich recht? Ja! Halt den Mund! Du hast nur zugeguckt! Habibi! Rede mit mir! Hier sind Männer, Bruder! Richtig! Wir sind Männer! Wir Männer sind Löwen, Bruder! Wenn wir ausdicken! Lack, meine Frau soll ein Wort sagen, Bruder! L-Burgen, Bruder! Bruder, ist das nicht deine Frau? L-Burgen, ha? Rede nicht, wenn ich rede! Ha? Bruh! Und was machst du hier? Ach, gar nichts! Was mache ich? Ich bin hier mit meinen Jungs! Was ist los? Wow! Du bist ja richtig krass geworden! Sollst du nicht einkaufen gehen? Einkaufen? Lack, einkaufen! Was für einkaufen! Lack, geh mal selber einkaufen! Ja, Hoppe! Bist du ein richtiger Mann geworden! Lack, ich hab dich an der Leine! Rede nicht! Komm mal kurz! Boah! Ja, Bruder! Muss man einfach die Fresse halten! Bruh! Habibi, wenn dich einer anpackt, kommst du zu mir! Du auch! Alle, jeder kommt zu mir hier! Verstehst du? Okay, ich bin doch am reden gerade! Woher guckst du? Woher guckst du? Sag mal! Ach, nimm's wohl, Bruder! Ach so! Du guckst hier gerade! Lack, ihr habt Connection mit Augen! Mach die doch klar, Bruder! Geh da hin! Mach die klar! Ach Quatsch, Bruder! Ich bin doch vergeben! Lack, Cousin! Was vergeben? Sind wir nicht alle vergeben? Geh da hin! Sie wird dir die Nummer geben! Die andere wird dir vergeben! Cousin! Meinst du? Wir haben alle Frauen zuhause! Was drehen ist? Geh mal da hin, Bruder! Hau mal den Haack, Bruder! Hau mal den Haack! Ja, okay! Hi! Hey! Du bist mir gerade drauf gefangen! Ich wollte mich mal fangen, wenn der Nummer geht. Ich weiß, dass du... Jonas? Cello? Hä? Sag mal, geht's noch? Ist das gerade dein scheiß Ernst? Gehst du mir gerade fremd? Äh, nein, Schatz! Gar nicht! Willst du was gar nicht machen? Lack, Cello, du Ehrenloser! Was machst du denn? Wie kannst du's zulassen? Bist du doof? Schatz, ich hab den gerade gesagt! Was machst du denn? Du hast eine Frau, du schäppigen Alter! Hä? Du hast doch gesagt, soll dahin! Du, was suchst du mir an? Schatz, ich schwöre... Ich hab den gerade gesagt, er soll das nicht machen! Der Irrelose! Ich häng nicht mit Tramp gear ab, weißt du? Bruh! Boah, Schatz, ich hab dir schon immer gesagt! Du kannst ihm nicht trauen! Schau! Schau! Ich hol dir doch jetzt! Wie macht ihn durch? • Bis zum nächsten Mal.